Wir sehen hier Sumatra Tiger, aufgenommen am 2. September im Tierpark Berlin, übrigens Jungtiere. Sie waren im August 2018 zur Welt gekommen und bei dieser Aufnahme sind sie bereits über ein Jahr alt und machen das, was Tiger am besten können, alle Viere von sich strecken. Das war noch etwa 5 Monate vorher ganz anders. Jetzt sehen wir Aufnahmen vom 30. März 2019, die zwischen 15.40 Uhr und 15.50 Uhr entstanden sind. Ja, die beiden Jungtiere, na gut, jetzt ist auch die Mutter zu sehen. Die beiden Jungtiere waren die ganze Zeit damit beschäftigt, gegeneinander zu kämpfen. Da hat sie den Angriff von hinten, ne? Angriff von hinten, nein, da hat sie den Rest reingediefen, jetzt haben wir noch mal die Mutter gesehen. Ja, der Sumatra Tiger ist die kleinste noch lebende Tigerunterart mit einer Kopf-Rumpflänge ohne Schwanz von 1,40 Meter. Das Weibchen wird bis zu 90 Kilogramm schwer, die männlichen Tiere etwa 120 Kilogramm. Im Vergleich dazu, der Sibirische Tiger oder auch der Armortiger als größte Raubkatze der Welt, der erreicht eine Kopf-Rumpflänge von bis zu zwei Metern und die Weibchen wiegen ca. 150 Kilogramm und die Menschen 250 Kilo. Ja, das sind, ja, das sind unglaublich schöne Sänen hier, wie die beiden miteinander spielen, spielen, kämpfen. Ja, das Schicksal der Tiger dagegen sieht in der Wildnis relativ traurig aus. Zur Erklärung, es gibt, oder besser gesagt, es gab mal acht bis neun verschiedene Unterarten des Tigers, von denen drei inzwischen ausgestorben sind. So, jetzt legt sich hier das Jungtier mit der Mutter an. Mutter ist natürlich stärker. Und jetzt kommt der Mutter, das andere Geschwister schon zu Hilfe. Ja, also wie gesagt, acht bis neun Unterarten des Tigers. Drei von ihnen sind bereits ausgestorben. Und eine vierte Unterart, der südchinesische Tiger, wurde zum letzten Mal 1964 in der Wildnis gesichtet. Und von dem gibt es aber noch in chinesischen Zoos etwa 60 südchinesische Tiger. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Heute leben noch etwa 3000 bis 5000 Tiger in der Wildnis, allesamt in verschiedenen isolierten Gebieten. Die noch lebenden Unterarten der sibirische Tiger, den ich vorhin schon erwähnt hatte, als größte Raubkatzenart und auch mit dem dickeren Fell als unsere Sumatra Tiger hier, als sibirischer Tiger, in Indien dann der Königstiger, auch in Nepal und Bangladesch und Myanmar kommt der vor, dann der indochinesische und der malayische Tiger, die nach ihrer Herkunft benannt sind und unsere Sumatra Tiger sind die einzige noch existierende Inselunterart, also Inseltiger. Ursprünglich gab es auf den Sundarinseln in Indonesien und Malaysia Rohankörpers, schmeckt nicht besonders, ist aber ein schönes Spielzeug. Also auf den Sundarinseln Indonesiens und Südmalaysia hat es mal drei verschiedene Inselunterarten des Tigers gegeben. Der Bali Tiger ist ausgestorben etwa 1937, die Java Tiger zum letzten Mal gesichtet 1979, aber in den 1980ern wurden noch vereinzelt Spuren gefunden. auch die Sumatra Tiger sind jetzt ganz stark vom Aussterben bedroht, ihre genaue Anzahl ist unklar. Und wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, im 10. und 11. Jahrhundert, da lebt ein Tiger noch vom Kaukasus bis, vom Kaukasus, also bis nach Ostchina und natürlich bis runter auf die Inseln Malaysias und Indonesiens. Und auch um 1900 hatte man noch Tiger in Vorderasien, zum Beispiel in der Nordost-Türkei, in Teilen Georgiens, Armeniens, Aserbaidschans, im Iran und in Afghanistan. Aber eben in Vorderasien sind alle wild lebenden Tiger ausgestorben. Ja, hoffen wir mal, dass es den verbleibenden Tiger unter Arten besser geht. Und dann verabschiede ich mich noch mit diesen Bildern hier. Die brauchen ja nicht drüber nachzudenken.